so als nächstes in der kombination gucken wir uns die rgb streifen an ein herzliches guten tag bei kevin lp und heute geht es um die corsa rgb streifen von gekauft bei mainfactory kam eben gerade erst an und wir gucken uns die mal an also erstmal muss ich gucken was ich euch überhaupt zeigen kann davon also ich kann ja durch das zeigen hier dann können wir mal seitlich angucken dann haben wir oben den aufkleber und jeneben haben es noch mal drauf stehen und ja ich hole uns mal die streifen aus dem gehäuse karton raus ich habe selber keine ahnung wie man den raus bekommt aber ich glaube da sind so zwei siegel dran muss man brechen genau und sind zwei siegel dran und dann könnt ihr das hier raus ziehen danach kriegt ihr das in der hand und als erstes bekommt ihr euren da kommst du hier mal raus euren controller den ihr braucht ihr braucht für dieses system anschluss ein sata stromanschluss das zeige ich euch natürlich beim einbauen da habe ich schon einen frei weil ich eine m.2 ssd rein baue und dadurch eine ssd wegfällt also nehmen hat man jetzt ja genug anschlüsse so als nächstes bekommt ihr so eine pappschachtel da sind eure vier rgb stripes drinnen die sind denke ich ausreichend lang genug wie man die festmacht gucken uns dann gleich noch mal an ihr bekommt ihr ein bisschen klopapier noch mitgeliefert kann ja nötig sein und dann bekommt ihr haufenweise kabel mitgeliefert solche adapter kabel zwei pol hier sind eure verlängerungs kabel davon bekommt ihr vier stück mitgeliefert für rgb streifen verlängerung was man die hier nutzen kann weiß ich gar nicht das kann ich euch gerade gar nicht sagen das ist mir unklar aber das hat auf jeden fall was mit die kann ich nicht gebrauchen so wie es aussieht und natürlich ein usb 2.0 auf micro usb das könnt ihr dann hier reinstecken um es mit eurem mainboard zu synchronisieren das ist euer zugehör jetzt gucken wir uns noch mal das sogenannte klopapier an das ist eher unwichtig glaube ich dass hier ist so hier ist euer denke ich mal handbuch ich guck mal bitte so und deutsch haben ne scheinbar nicht aber egal wenn ihr euch die streifen gekauft habt dann können wir mal gucken die streifen sind 41 lang da steht 41 cm und ihr habt natürlich diesen commander fürs ansteuern aber das sind da könnt ihr reviews drüber angucken meins ja das war es dann auch schon mit der vorstellung der commander dieses led licht set für euren pc ich brauche das um einer meiner gehäuse aufzuwerten und ja im letzten teil des videos sehen seht ihr ja auch wie wir das hier alles einbauen und wie das dann am ende aussieht wie mein system vor allen dingen aussieht seht ihr dann auch einmal und ja ich hoffe da euch gefällt das trotzdem dass ich jetzt nur mal so kleinere vorstellungs parts machen als erstes und dann am ende kriegt ihr dann natürlich die volle pracht meines ryzen 5 system ja ich packe das jetzt nicht mal ein noch mal kurz dazu gezeigt habe ich nun eher den speaker noch mit bestellt für bei ebay der kam eben gerade auch noch mit dazu und ja natürlich braucht ihr den hier noch der muss auch noch dazu am ende zeige ich euch im letzten part den zusammenbau der rechner läuft momentan noch wegen ich muss auch noch den cpu kühler entfernen den zeige ich euch dann gleich